Eine Hexe wird man nicht so einfach über Nacht. Darum gibt's jetzt hier ein paar Tipps. Hexenstäbe verfügen über eingebettete Kräfte. Also Hut auf auffassen. Gute Hexen verstehen es zu improvisieren. So zum Beispiel. Und ein ganz wichtiger Tipp. Als Hexenlehrling. Schau dir deinen Zauberhudel lieber nochmal genau an. Willkommen im Haus der Eulen. Morgen 16.20 Uhr im Disney Channel.